Hallo, ich bin Andreas Wölner-Hansen. Ich bin Sportler und Dozent an der Uni in Basel und ich habe 2007 Kindercamps ins Leben gerufen. Mittlerweile haben wir über 80 Camps in der ganzen Schweiz. Dadurch sind wir einer der grössten oder der grösste Anbieter von polysportiven Camps. Polysportive Camps sind Camps mit ganz verschiedenen Sportarten. Wir haben in der Regel acht verschiedene Sportarten, die die Kinder in dieser Zeit kennenlernen dürfen, wie Fussball, Uni-Hockey, Akrobatik, Taekwondo, wie zum Beispiel auch Kung-Fu, einfach die allgemeine Kampfsportarten. Dann haben wir noch koordinativen Möglichkeiten, Parkour und so weiter. Neben diesen polysportiven Camps führen wir auch neue verschiedene Fussballcamps durch, hier in der Region Nordwest-Schweiz. Ich würde mich sehr freuen, euch liebe Kinder in diesen Camps zu begrüssen.